Hallo liebe Zuschauer, Adventure-Zeit auf meinem Kanal Return of the Tentacle Prologue. Wer kennt nicht Day of the Tentacle, den indirekten Nachfolger von Manic Mansion? Jetzt ein Fan-Projekt, heute erschien, war lange in der Entwicklung, professionell aufgezogen, mit Untertitel, mit Sprachausgabe in zwölf verschiedenen Sprachen. Und ja, Tentacle, Purpur-Tentacle ist wieder da und versucht wieder die Weltherrschaft zu übernehmen und die Menschheit zu versklaven. Und das müssen wir als Bernhard und seine Kollegen natürlich verhindern. Ich habe selbst noch nicht reingeschaut, das Spiel ist gerade erst erschienen, frisch untergeladen, frisch installiert und deswegen alles, was wir jetzt sehen, gemeinsam ist Neuland. Schauen wir mal rein. Wer klingelt denn so spät? Achso, die Post. Vielleicht ist ja endlich eine Antwort auf meine Kontaktanzeige dabei. Bestimmt, Bernhard. Für Hoagie. Eine Rechnung. Werbung für Billigjuwelen. Ein Brief von Purpur-Tentacle. Was? Als ich Doktor Freds bös mutiertes Tentakel das letzte Mal gesehen habe, musste ich mit Hoagie und Laverne ein verschwitztes T-Shirt teilen und in meiner Toilette rumwühlen. Haha, ihr dummen Menschen. Ich bin zurück, um die Welt zu erobern. Oh nein. Ihr werdet es bitter bereuen, meine Pläne durchkreuzt zu haben. Ich bin jetzt noch böser als je zuvor und werde dich, Laverne und Hoagie töten. Und zwar in dieser Reihenfolge. Hochverachtungsvoll Purpur. Wie furchtbar. Purpur ist wieder zurück? Will die Welt erobern und sich an uns rächen? Aber das Schlimmste ist, ich bin als Erster dran. Was soll ich tun? Ich brauche Hilfe. Doktor Fred. Auch wenn ich dachte, ich wäre die Verrückten ältestens los. Aber es sieht wohl so aus, als müsste ich... Zurück zum Tollhaus. Schon wieder. Ich muss sofort los. Doch ich sollte noch dafür sorgen, dass Hoagie und Laverne Bescheid wissen. Ja, komm. Toll, dann machen wir mal. Also die ersten zwei Minuten sind ja schon mal großartig. Fanprojekt. Denkt dran, das ist ein Fanprojekt. Das ist kein AAA-Projekt. Fanprojekt. Großartig. Großartig. Ja, klicken. Schon klar. Zuck. Dann bewegen wir Bernhard. Okay, mit Rechtsklick können wir was tun. Das ist der Brief von Purpur Tentakel. Okay. Unser Inventory. Das können wir aufrufen am... Hier unten. Okay. Schwupp. Ah, okay. Wo soll ich es denn tun? Warum? Da würde ihn niemand bemerken. Hm. Okay. Das war es jetzt aber auch, ne? Ich will Hoagie nichts wegessen. Ach komm, mach ja. Wie ich Hoagie kenne, sind da jetzt auch andere Aromen drin. Mhm. Lecker. Darin ist gar keine Lava, sondern zwei flüssige Stoffe mit ähnlicher Dichte und unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Ach nein, wirklich? Sie muss am Strom angeschlossen sein, sonst leuchtet sie nicht mehr. Bevor ich den wieder benutzen kann, muss ich den Highmamm richtig konfigurieren. Bevor ich den wieder benutzen kann, muss ich den Highmamm richtig konfigurieren. Das muss auch anders gehen. Eine Erinnerung an den Moment, als Laverne, Hoagie und ich uns aus einem großen Pullover befreit haben. Also rechts am Haustaste ist gucken und links dann nehmen. Ein weiteres sinnloses Foto im Weltall. Kannst du das mitnehmen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, weiß ich nicht. Ist ein Adventure. Das weiß man vorher nicht. Das ist die Band, wo Hoagie als Roadie arbeitet. Besser nicht. Ja komm, nimm mal mit dir unsere Hose. Das ist nicht meine, also fasse ich sie nicht an. Ach, stell dich so an. Die Tür zu Lavernes Zimmer. Geh mal da rein. Ich soll nicht in Lavernes Zimmer, wenn sie nicht da ist. Das hatten wir erst neulich. Das kann schon mit dich umspringen. Die liegt schon drei Tage da. Was ist das denn deine? Kochwäsche ist erst nächste Woche dran. Ja, dann lass liegen. Genau, muss man nicht wegräumen. Was soll das auch? Dort hängen wir wichtige Notizen auf, die wir alle wissen müssen. Was soll ich anpinnen? Äh, vielleicht den Brief? So, hier dürfte der Brief nicht zu übersehen sein. Jetzt kann ich los. Auf der anderen Seite sollst du vielleicht den Brief mitnehmen. Für Dr. Fred. Ich hätte lieber einen gelben Regenschirm. Ja, genau. Das ist auch wichtig. Es regnet nicht mehr. Okay. Da geht's raus. Dann los. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Dr. Fred! Sieh an! Wenn das nicht der größte Vollidiot ist, der dieses Haus je betreten hat! Dr. Fred, Pupur hat mir einen Brief geschickt. Er ist zurück und will Hoagie und Laverne und mich umbringen. Und dieser Brief ist echt? Ja, ganz sicher. Die Farbe des Briefes war Purpur. Außerdem hat er mit Hochverachtungsfaul unterzeichnet. Meine Güte, dann muss es ja stimmen! Bitte, Dr. Fred. Sie müssen uns helfen. So muss ich das. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch derjenige, der ihn vor zwei Jahren freigelassen hat. Aber Sie haben Purpur erfunden. Und hätte Ihre Matschmaschine kein Mutagen in den Fluss gepumpt, dann... Außerdem will er wieder die Welt übernehmen. Na, wenn das so ist! Ich habe auch schon einen Plan! Wirklich? Das ist ja großartig! Dr. Fred? Wo sind Sie hingegangen? Nee, er hätte vielleicht mal den Plan uns mitteilen sollen. Chuck, hey! Der wird von Mal zu Mal größer. Hi, Chuck! Umarmen können wir uns später. Auf der Klingel steht drücken. Mal sehen, ob jemand kommt. Hm, anscheinend nicht. Nett. Nett. Vielleicht sollte ich irgendwann mal wieder meine Mama anrufen. Aber nicht jetzt. Ja, die rufst du doch bestimmt jede Sache an. Das ist der Eingang zu Dr. Freds Geheimlabor. Hoffentlich schlage ich mir nicht wieder den Kopf auf. Und zwar werden wir die überarbeitete Version meines Kron-O-Jones benutzen. Den Kron-O-Wash! Oh nein, doch nicht schon wieder eine Zeitreise. Keine Angst, Bernhard. Diesmal wird alles funktionieren. Der Kron-O-Wash geht nächste Woche in Serie und wird weltweit verkauft werden. Allerdings sollten wir ihn vorher testen, da ich gestern noch ein paar Kleinigkeiten daran geändert habe. Und wie machen wir das? Hm, wir könnten Ed's Hamster benutzen. Schön. Solange nicht ich das Versuchskaninchen bin. Bloß nicht. Am Ende vermasselst du noch alles. Und jetzt beeil dich. Du musst den Hamster finden. Was? Warum denn ich? Damit du mich vor Purpur retten kannst. Aber sie wollten doch uns vor Purpur retten. Eben. Und darum wirst du auch den Hamster holen. Na gut. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, aber gut. Holen wir uns den Hamster. Ist Ed ja immer mit einverstanden. Hoffentlich steht hier nirgends von der Mikrowelle rum. Eine Zeitreise geeignete Waschmaschine. Eine Zeitreise geeignete Waschmaschine. Und hier können wir noch nichts machen. Können wir mit dir nochmal reden? Dr. Fred ist ein Erfindergeist. Manchmal kann das aber auch gefährlich sein. Dr. Fred. Was ist denn noch, Bernhard? Du solltest doch Ed's Hamster holen, damit wir die Zeitmaschine testen können. Ja, aber... Wie geht es eigentlich Ihrer Familie? Hör auf, Interesse vorzuheucheln und mach dich an die Arbeit. Aber ich wollte doch nur... Ach, schon gut. Wie geht es Edna? Als wir vor zwei Jahren mit Purpur beschäftigt waren, hatte wohl einer unserer Gäste Edna die Treppe runtergestoßen. Was? Wie furchtbar. Wer denn? Das wissen wir nicht, weil sie sich seitdem weder bewegen noch reden kann. Zum Glück. Diese alberne Frage hättest du mir ruhig in einem Brief per Post schicken können. Sie hätten doch gar nicht die Zeit gehabt, auf meinen Brief zu antworten. Die würde ich auch nicht brauchen. Ich könnte mir meine Antwort einfach mit der Zeitmaschine aus der Zukunft holen. Wie geht's Ed? Ganz gut, glaube ich. Er sammelt jetzt Pilze. Krank. Du musst es ja wissen. Was sammelt er denn für Pilze? Ich habe schon für seine Briefmarkensammlung so wenig Interesse gehabt wie für dich. Schon gut, schon gut. Statt mich so unwichtige Dinge zu fragen, könntest du dich bei der Rettung der Welt endlich mal nützlich machen. Na, Freunde werden die beiden nicht mehr. Was macht Ted? Der liegt im Bett. Wo schläft er denn? Ich glaube ihn zuletzt auf dem Dachboden gesehen zu haben. Okay. Haben Sie eine Idee, wo der Hamster sein könnte? Der Hamster sitzt meistens in Eds Zimmer und liest Zeitung. Macht Sinn. Wenn du ihn dort nicht finden kannst, wirst du auch noch in den anderen Zimmern nach ihm suchen müssen. Okay. Was ist eigentlich mit Ihrem Labor passiert? Oh, äh. Ein kleiner Unfall. Ich habe mit einem neuartigen Kleber experimentiert. Okay. Tell me more. Ich gehe dann mal. Weißt du, darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Nein, Freunde werden die definitiv nicht mehr. Was haben wir denn hier? Diese Zeitmaschine wird von einem ziemlich teuren Diamanten betrieben. Kann ich den haben? Das muss auch anders gehen. Nett. Das muss auch anders gehen. Dann halt nicht. Ansonst noch was? Nett. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist natürlich der Kleber, von dem er gerade gesprochen hat. Wenn die Matschmaschine an ist, wird Mutter gehen in den Fluss gepumpt. Das Schild steckt in der Matschmaschine fest. Das Schild steckt in der Matschmaschine fest. Dann ziehst du auch aus. Der Hebel für die Matschmaschine. Den fasse ich besser nicht an. Na gut. Ein Wasserhahn. Ach. Ich sollte zuerst etwas anschließen, bevor ich den Hahn aufdrehe. Okay. Nett. Zu langweilig. Eine geniale Erfindung von Dr. Fred, die durch die Kraft eines Hamsters Unmengen an Strom erzeugen kann. Sie zählt sogar zu den regenerativen Energiequellen. Ja, was für eine Erfindung. Unglaublich. Kannst du da irgendwas nehmen? Die Addisons haben schon genug Strom im Haus. Na gut. Dann lass uns mal hochgehen. Oh oh. Haha. Und? 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 Was sagst du nun? Falls du noch einen Selbsterhaltungstrieb hast, solltest du so langsam anfangen zu reden? Wer seid ihr denn? Wir sind Sam und Max. Three in ause, boys. Wir sorgen für Recht und Ordnung. Mit Gewalt, wenn möglich. Und wer ist wer? Ich bin Sam. Und das ist Max. Du wirst mir auf der Stelle sagen, für wen du arbeitest. Oder ich mache dich mit meiner sadistischen Seite für übertrieben hohe Gewaltanwendungen bekannt. Was macht ihr hier? Wie du siehst, konzentrieren sich unsere Ermittlungsarbeiten gerade auf das Verhören eines Tatverdächtigen. Ihr verhört einen Hamster? Allerdings. Und er scheint bestens darauf vorbereitet zu sein. Hey Sam. Er hat sich für die Harte-To entschieden. Ist er nicht klasse? Was auch immer du mit ihm anstellst, Max. Er muss danach noch reden können. Pass bitte auf, dass er ihm nicht wehtut. Lektion Nummer 1. Woher die Redewendung Schwarz sehen kommt. Seid doch bitte vorsichtiger. Hey Max. Müsst ihr jetzt nicht Sterne sehen? Erst wenn sein Gesicht nicht mehr an der Wand klebt, Sam. Wie wäre es, wenn ich dich etwas bräune? Dieser Hase gehört weggesperrt. In einer Pfanne oder einem Toaster. Hallo. Warum denn gerade ein Hamster? Eigentlich darf ich dir das nicht erzählen. Aber wir ermitteln in einem Fall, dessen Indizien auf eine im Untergrund agierende Verbrecherorganisation hindeuten, die ihre geheime Kommunikation über diesen Hamster hier abwickelt. Ihr glaubt, die Mafia kommuniziert über einen Hamster? Lektion Nummer 2. Das Reflexionsgesetz. Aufprallwinkel gleich Wegfliegwinkel. So ist es. Er arbeitet für ein nicht gemeldetes Postunternehmen, dessen Zentrale und Vorstand uns bis jetzt unbekannt sind. Und ihm diese Informationen zu entlocken macht einfach tierisch viel Spaß. Das glaub ich dir. Ich brauche den Hamster, um die Welt zu retten. Darf ich dir eine gute Psychologin empfehlen? Ich muss ein böses, mutiertes Zentakel bekämpfen. Ich glaube nicht, dass mir eine Psychologin dabei behilflich sein kann. Mein sechster Sinn für übertrieben hohe Gewaltanwendung sagt mir, dass da jemand eine Menge Spaß mit dir gehabt haben muss. Mein Verstand sagt mir, dass dieser Vogel lediglich auf besonders auffällige Art und Weise beschränkt ist. Vielleicht studiert ihr ja einfach nur Physik? Von zwei solchen Möchtegern-Polizisten wie euch, muss ich mir sowas nun wirklich nicht bieten lassen. Sam, ich kriege Hunger. Hast du was gegen Physiker-Sushi? Max, wenn du einen Menschen zu Speisehäppchen verarbeiten willst, sollten wir uns ernsthafte Gedanken über dein kulinarisches Feingefühl machen. Sam, bitte benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Mann, lass den Hamster in Ruhe. Ich brauche den. Wie lange verhört ihr den Hamster jetzt? Besonders lange kann es noch nicht sein. Hm, ich glaube, so vier Stunden. Was? Wie schnell doch die Zeit vergeht! Das muss wahre Liebe sein, was, Max? Oh, ja! Was verbricht denn diese Verbrecher-Organisation? Solange der Fall noch nicht abgeschlossen ist, wirst du von mir keine weiteren Informationen mehr halten. Und von mir auch nicht! Deine Widerstandsfähigkeit ist ein wirklich grandioser Motivationsschub! Bitte, hört auf damit und gebt mir den Hamster. Es ist dringend. Nun, wir benötigen ihn noch für Ermittlungen. Solange wir keine weitere Informationsquelle haben, können wir dir den Hamster nicht geben. Ich warte! Was ist die Alternative? Irgendetwas an diesem Bild ist anders als früher. Der Hund liest ja Zeitung. Hallo! Ich will dich nicht hören! Bitte, gib mir den Hamster. Bring uns einen weiteren Tatverdächtigen der Untergrundorganisation und du bekommst den Hamster. Hm. Aber wem? Du hältst wirklich super dicht? Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Ein hartes Stück Holz. Und ich werde... Den nehme ich besser mit. Wer weiß, was sie dem armen Hamster damit sonst noch antun. Macht dieses Haus eigentlich alle verrückt? Jopp! Sonst gibt's hier nix mehr zu tun. Ich bin mir sicher, dass ich mit einem Brecheisen etwas aus dir rauskriegen werde. Einen weiteren Tatverdächtigen. Den präsentieren wir denn da? Oh Mann. Hey Sam! So viel passt ja gar nicht in eine Hamsterbacke rein. Wer macht schon nach vier Äpfeln und eine Ananas-Schlapp? Max, so sehr ich auch dein Talent für illegale Befragungsmethoden zu schätzen weiß, möchte ich dir wärmstens empfehlen, folgende Vorschrift zu beachten. Den Befragten sind während des Verhörs keine Fütterungszeiten zu gewähren. Aber Nahrung ist doch ein Grundrecht, nicht wahr? Du machst mich fertig, Kleiner. Ja, liebe Zuschauer, das ist doch mal ein richtig gutes Spiel. Return of the Tentacle. Und das als, ähm, kann das sogar speichern. Äh, gut. Return of the Tentacle, ja. Alle relevanten Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Macht auf jeden Fall bis jetzt einen richtig, richtig guten Eindruck. Und falls ihr euch jetzt gefragt habt, na, das ist bestimmt teuer, wenn das so gut ist. Nein, es kostet natürlich gar nichts. Es ist Freeware, kostenlos, für Noppels, für Lau. Schaut's euch einfach selbst an, probiert's mal aus. Return of the Tentacle. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. Bye.